so und da sind wir dabei life is strange ich kann endlich wieder spielen nach einer gewissen zeit denn ich habe ein bisschen nicht gespielt fernseher haben wir schon angeguckt oder naja wie ging es jetzt eigentlich weiter sollten wir weiter ausgehen weiß ich gar nicht mehr was sollten wir machen ich glaube wir mussten irgendwie rein mal wieder aber da können wir natürlich nicht rein wenn er da steht naja wenn wir normal mit ihm sprechen denkt man nicht dass das schlimm ist naja wenn wir normal mit ihm sprechen denkt man nicht dass das schlimm ist ich habe dir einen also ich werde sagen dass was du gerade gesagt ist wahr missy entschuldigung das ist mrs. Caulfield ja sr du und chloe immer noch besser beachter wo du wandern da sind viele dunkle in arcadia bay was meinst du mit dunkle? ich kann dir nicht alles was passiert in blackwell und du hast schon zu viel gesehen also bitte weg von dem max too late ich weiß schon viel zu viel also du und nathan prescott das kleine nathan prescott ist glücklich dass er nur geschlossen wurde ich glaube nicht glücklich hatte nichts zu tun mit ihm ich könnte auch geschlossen sein ich hatte nicht alle die bewundungen bei dem Zeitpunkt ich ich entschuldige max anyway ich denke wir können beide agree es war eine schwierige Woche auf uns insbesondere kate marsch w du hältst ihm das jetzt vor er hat versucht zu helfen also wenn ich das jetzt einsetze ich versuche zu helfen also ich habe versucht denn er hat es auch versucht wie wir gesehen haben und niemand half ja das stimmt ja auch nicht ich versuchte kate du hast es, max du hast deine Leben wie ein herrn während ich das verdammt dorm ruf wide open ich wusste kate fühlte mich nicht du hast sogar du hast es sogar vor mir oder jemandem ich wusste kate auch ich wusste kate auch das ist ist ein elitist und ich bin aufdütt so ich kann es sagen wie wenn chloe mich steppdüch diese artist leben oder aus ist wenn sie aufd der der neue Blackwell-Vanurteilung um die Zukunft zu retten. Damit sie nicht so wie Rachel Amber und Kate Marsh. Obwohl, du bist wie ein Verwaltung-Vanurteilung. Ich mag dich für mich aber ich muss, dass du und Chloe bist, das zu verdient. Dinge werden einfach mehr schlafen. Chloe und ich können uns selbst Entschuldigung, Max, muss ich zurück auf meine Kamera. See? Ich bin auch ein Arzt. Wie der halt gar nicht mehr dagegen was sagt. Ja, wir können auf uns selber aufpassen. So, wenn du meinst. Ich finde das super toll. Karte, wovon? Verwaltungskameras in Pan-Estates? David muss auch für die Prescotts arbeiten. Ah, ich könnte ihm das jetzt... Wollen wir mal fragen. Was? Ich kann dir... Und da, was. Wissen auf! noch, 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 noch! Noch, 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 noch! Da, was man denn? Es ist so wichtig, dass du auch für sean prescott what who told you that nathan prescott that little shit ass is lucky he only got suspended i don't think luck had anything to do with it i could have been suspended too i didn't have all the so are you gonna tell me why you think i'm working for sean prescott we are i saw documents that you were hired to do surveillance and security at pan estates god damn you are a good detective but i didn't get hired i gave sean prescott nesting for my own reasons anyway i think we can both agree it's been a hard week on all of us especially for kate martin yeah you did you even met i knew kate back up back up i love that but by denselben antworten scheinbar sehr gut waren chloe next pop karton makes me sad das sind die echten squeak wie knucks was auch immer squeak wie knucks sind und flyer sie in den letzten Jahren nachdem david zu was das seht französisch zum und jetzt jetzt ein schließfach das abgeschlossen ist wow das ist ein schließfach das abgeschlossen ist wow das ist ein seriöser schließfach auf dem schluss hey david was hat du denn benutzen ...benutzen. Äh. Ja. Dann halt ich. Ja, wo könnte der Key wohl sein? Der Schlüssel. Hey, Missy. Du weißt ja, ich kann dich schlafen. Entschuldigung, Max. Du weißt nicht, dass du eine verdammte Sache bekommst. Komm mal, Max. Find einen Weg, um David aus diesem Käse zu holen. Also, keine Mädchen zu holen. So, da tun wir mal so, als wenn das nicht geschehen wäre. Sonst ist er nämlich wütend auf uns. Nachher. Ja, wir sollten ihn am besten so rauslaufen. Ich kann nicht David sehen lassen, während ich seine Chancen schlafe. Entschuldige den Ninja. Scheiße, eine Scheiße! Ich habe einfach diese Fusenbocken geschlossen. Was ist das, der Fusenbocken? Ja, dann machen wir das einfach so rum. Ich gebe auf William, aber ich schlafe, David. Und zurück. Ist nie passiert. Schlüssel. Ich bin der Schlüsselbocker. Oh, Maps, Noten, Koordinaten, Fotos von Kate, Nathan. Oh, ja. Wie ich hier halt auch überhaupt gar keine Zeit habe, wenn ich mir was angucke. Ich kann es halt einfach alles angucken. TWN, PKS. Und Längen und Breiten gerade. Irgendwann ist da. Und diese Daten, die haben wir auch im, ähm, in, äh, wie sagt man, in unserem Tagebuch. Da haben wir was zugeschrieben. Vielleicht hat das auch damit was zu tun. Also, das sind auf jeden Fall genau dieselbe, also dasselbe Datum. Ist das. Und natürlich macht er davon Foto, anstatt einzugreifen. Finde ich super. Er ist ein Kloser-Job. Wenn man bedenkt, dass er halt auch, äh, Fotos gemacht hat, anstatt einzugreifen, hätte ich vielleicht auch Fotos machen sollen. Ich soll die rufen, anstatt zu ihr hochzugehen, oder was? Ich gebe auf William, aber schaffe David. Schau, Chloe hat mich, wenn sie es wusste. Yo, Chloe! Sind Sie noch bereit? Ich muss zurück zu meinem Dorf. Sind wir glücklich? Sehr glücklich. Ich habe das secretive Bio-Jackpot. Das sind Kate, Nathan und Rachel. Plus, es gibt ein paar Location-Koordinaten. David ist, wie ein Ein-Mann-Surveillance-Armee. Jetzt kommen wir hier raus, bevor wir uns verletzten. Aber ich habe absolut zu sehen Kate im Krankenhaus. Ich möchte herausfinden, wie sie es ist. Das ist definitiv Kate's floor. Die Krankenhausen immer freut mich. Ich verstehe dich. Aber erinnere mich, wie Kate fühlt. Ich bin so glücklich, dass ich sie wiedersehen kann. Ich hoffe, dass es nicht zu weir für sie nicht. Nein, sie wird glücklich sein, dass sie dich sehen können. Wer nicht sein kann? Das wäre es. Ich bin ein bisschen nervös. Ich bin einfach da drin und sein Freund. Ich werde hier sein, damit du dich ruhig fühlst. Ich bin ein totaler Dick für blöden eine Füße, wenn du von Kate's call hast. Gut, dass du mich verletzt hast. Ich habe keine Ahnung, was sie überrascht hat. Und du sie schaust, wie ich. Hey, I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls, then. Oh, yes. I'm on it. Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawing. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Okay. Yeah, der kann ja auch nicht schreiben. Kein Wunder. Erstmal so ein Diss raushauen. Victoria Chase might be Queen Bitch, but she's not evil. Oh, das kann ich gleich verwenden. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Wundert mich, dass der kein Bier mitgeschickt hat, so oft wie der trinkt. Thank you, Sisters. You really saved Kate. Okay, da kann ich jetzt nicht irgendwie dran. Muss ich auf die andere Seite. Ich könnte jetzt einfach schon gehen. Aber das wäre fies. Kann es ja nie machen. Good to see that Kate is still working on her book report. Oh, I love Kate's happy rainbow flop. I don't think, get well is quite apropos. If this gets Kate through the night, so be it. Hat der da eine Chili-Schote in der Hand, oder was? Äh, sprechen nochmal. Kate, it is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. I saw Victoria's letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be a... Uh... Not nice. But I do believe in forgiveness and redemption. I might be naive, but... I feel her struggle. Oh, I wasn't so nice to her this week either, when I took a picture of her cupboard in paint. Uh, it's not a proud moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? When you think she acts so weird, I don't see it, but I'm so weird. He's not a doubt. If you're comfortable with yourself, you need it to appear here. Victoria sieht nicht so aus, dass sie viel über die Insekurität ist. Wenn jemand die Victoria das Licht sehen könnte, wäre es Kate Marsh. Nein. Ich denke, dass es mehr als das dauert, Max. Ich muss zurück zu unserer Mission. Du wirst nicht wissen, wie viel es bedeutet, dich wieder zu sehen. Ich glaube. Deswegen liebe ich dich, Max. Danke, dass du meinen Bunnen aufgenommen hast. Sag Alice, ich will sie bald sehen. Ich will wissen, was da passiert. Die ist ein Miststück. Sie ist ein Miststück. Ich bin entschuldigt, aber sie ist weiblich, schön und, ja, talentlos. Also, es gibt keinen Grund, dass sie Menschen wie Scheiße trafen. Also, es muss sein. Wenn Victoria mir so eine sincerere Lettere schreiben könnte. Wenn jemand die Victoria das Licht sehen könnte, wäre es Kate Marsh. Nein. Wow. Wie es halt genau auf dasselbe hinaus kommt, was soll denn das? Wow. Reden wir über dich. Und warum? Und warum? Ich baue satan. Ja. Ich baue satan. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin so nahe, um alle Informationen, die ich über Nathan bekomme. Nathan Prescott muss dafür bezahlen, was er getan hat. Und wir müssen ihn verhindern, von jemanden anderen zu verhören. Na ja, ich habe ihn verhörtert, also... das könnte ein Start sein. Du hast es gemacht? Oh, genau, Max. Ich liebe, wie schade du bist. Also, was ist mit ihm jetzt passiert? Ja. Als nächstes, da kriegt er ein Knie ins Gesicht. Das haben wir schon mal auf, äh... Ich weiß nicht, Donnerstag haben wir das gesetzt. So 16 Uhr, ne? Da wollen wir dem gerne ein Knie ins Gesicht geben. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ein Knie ins Gesicht ist perfekt für so einen Typen wie den. Ich glaube, er wird heute Abend auf der Vortex Club Party zeigen, wie nichts passiert. Und niemand kann ihm nichts tun, nach dem, was er getan hat. Wir werden ihn verhörtert. Ich muss nur finden, um den Platz von Nathan zu finden. Entschuldigung, und holen die Knie, die ich brauche. Max, bitte lass mich helfen. Ich kann den Platz, und ich will es dir, okay? Natürlich, Kate. Ich kann das nicht ohne dich tun. Jetzt ist es Zeit für Nathan, um uns zu warten. Ich muss zurück nach unserer, äh, Mission. Du wirst nicht wissen, wie viel es bedeutet, dass dich wiedersehen. Ich weiß. Das ist das, warum ich dich liebe, Max. Danke. Danke, dass du meine Knie aufgenommen hast. Sag Alice, ich will sie bald sehen. Und was passiert, wenn ich mich hier hinsetze? Wahrscheinlich wieder nachdenken. Ich weiß. Ich weiß nicht, dass ich hier sonst mit Kate wiederhinschen werde. Ich weiß nicht, wie viel Verständnis ich veränderne. Ich weiß nicht, wie viel Verständnis ich veränderne. Aber. Zeitreisen sind eigentlich gar nicht mal so schlimm, wenn man sich damit so intensiv wie ich beschäftigt hat. Dann ist es really einfach. Genau, really einfach ist das dann. Wie ist sie? Sie ist immer Kate Marsh. Danke Gott. Ich bin glücklich, dass wir sie sehen konnten. Danke, dass du mit mir gekommen bist. Jetzt gehen wir einen Besuch zu Nathan Prescott. Der kleine Pferd wird nicht glücklich sein, wenn er uns sieht. Okay, Update. Wir werden ihnen schon früher ein Knie ins Gesicht geben. Oder auch nicht. Kommt drauf an, wann wir ankommen. Ich habe gerade gedacht, warum fliegt denn da bitte ein fliegendes Schwein? Ja gut, fliegende Schweine fliegen nun mal. Aber das ist die Drohne. Ja gut, Max. Wie geht's dir? Oh, hi Mr. Jefferson. Ich bin okay. Und das ist meine Freundin Chloe. Ja. Chloe? Warum ist jemand so cool wie du zu Blackwell? Ich war sehr cool für diese Schule. Es ist eine lange Geschichte. In actualen Files hier. Ich kann es mir vorstellen. Max, bist du sicher, dass du okay bist? Es ist wunderschön, einfach zu sein, dass alles normal ist. Ich weiß, dass es so schlimm ist, Leben muss weitergehen. Ich glaube, dass es zu viel passiert ist in meinem Leben. Und auf diese Weise, Blackwell-Duty wird. Remember, ich werde Ihnen den Winz des Heros-Kontest heute Abend an der Party. Also hoffe ich, dass du da bist, um zu feiern. Selbst wenn ich mich sorry, dass du nicht eine Fotos haben hast. Ich verstehe deine Reaktionen. Du kannst nicht einen Artikel arbeiten. Ich fühle mich totaler, aber es ist eine schwerste Woche zu fokusieren. Kein Fisch. Ich bin stolz von dir, dass du so viel interessiert über einen Schraubchen Freund. Und ich bin froh, dass du viel Zeit hast, um deinen Weg zu finden. Ich sage, einfach in der Hand zu stellen, deine Arbeit zu machen. Danke, Mr. Jefferson. Ich werde definitiv da sein heute Abend. Ich auch. Ich werde Max's date sein. Du besser mit uns zu dancechen. Niemand sollte mich sehen, dass ich mich dancechen. Plus, du wirst nicht sehen, den alten Hibster, der versucht, mit den Kindern zu halten. Ich habe etwas Glück. Ich werde dich sehen. Ja, du wirst. Hot for teacher. Rose! Du bist aus Kontrollen. Noch nicht. Nur warten, bis zum Rager heute Abend. Oh, shut up. Don't be jealous, because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignorant. Fine. Since I'm here, I'll see if he can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Wenn der nicht gerade mal wieder auf Drogen ist. Okay. Hauptsache, die werfen sich wieder hier zu. Mit der kann ich nichts machen. Hey, Daniel. Du siehst geblieben. Bist du okay? Hallo, Max. Ich habe gerade herausgefunden, dass meine Fotos grundsätzlich zuhören. Ich bin ein Wannabe-Artist. Ja, aber deine Zeichnungen sind super. Du bist nicht hier, um einen Fotografer zu sein. Das ist meine Fotos. Schau an diesen Fotos, den du von mir gemacht hast. Unglaublich. Und das ist dein Kunst. Dein Gift. Ich fühle mich jetzt besser. Du bist gut, Max. Mach doch ein Foto von deinen Bildern. Ne? Nur mal so. Da passt du doch gar nicht rein. Da passt du doch gar nicht rein. Ja weh, da passiert jetzt was Schlimmes mit. Du hast mit jemandem gesprochen, was mit Kate passiert? Ich habe niemanden gesprochen, Max. Aber ich hatte eine schöne Gespräche mit Brooke. Sie konnte nicht stoppen sprechen, über wie brave du warst auf dem Ruf. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Aber ich verstehe, was sie braucht. Die wichtigste Sache ist, dass Kate besser wird. Und wird Justiz. Ich höre das, Max. Sie ist die liebste, die ich noch nie gesehen habe. Ich verstehe nicht von Blackwell Broholz. Aber nicht mit Kate. Ich mag diesen Revolutionärer Daniel DaCosta. Nur wenn ich die Revolution aus meinem Sketchbuch, Max. By the way, hast du gesehen Nathan Prescott? Ohohoho. Ich höre ein Ruf. Er ist eigentlich gesperrt. Ja, aber er hat immer noch auf dem Kampus. Das erklärt, warum er so schmerzt, wenn ich ihn ein paar Momente vor dem Kampus sah. Wir reden später. Okay, Daniel. Gut, Nathan ist nicht da. Ich sollte zurück zu Chloe gehen. Nö, erst will ich mit allen anderen reden. Gut, aber ich würde erst mal sagen, das wäre es für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.